Trendsetter auf jeden Fall. Eher die erfolgreiche alte Schule. Lieber Trendsetter, in Wirklichkeit ein bisschen alte Schule. Trendsetter. Weil mir immer ganz wichtig ist zu gucken, was gibt es an neuen Themen. Ich würde sagen, eher erfolgreiche alte Schule. Neue Trends ist immer schwierig zu entwickeln. Trendsetter, weil die Welt ändert sich permanent. Innovationen sind die Themen, die uns vorantreiben und insofern definitiv eher auch Richtung Trendsetter unterwegs. Erfolgreiche alte Schule auf jeden Fall. Ich finde, dass man viel von der erfolgreichen alten Schule lernen kann, aber ich glaube, ich bin schon eher ein Trendsetter. Trendsetter. Mit dem Benehmen der alten Schule. Definitiv Trendsetter. Weil ich habe immer gesagt, wenn der Käse alle ist, muss man sich einen neuen Käse suchen. Dann eher alte Schule, was als Rechtsanwalt, glaube ich, ganz gut ist. Trendsetter. Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen es zumindest. Ja, so ist der Plan. Weiß man nicht. Trendsetter, auf jeden Fall. Weil ich gerne was Neues mache, was ausprobiere. Allerdings sollte man dabei die Erkenntnisse der alten Schule nicht vergessen. Wenn das nicht Emergency drinsteine absolut haben, dann heal's die 궁금ers. Jetzt 그래도 das Mal lnfaatische. Was ich wahrscheinlich auch immer mal erlebtet? Amn Planet. Wirkliche. يع Huhnache. Owl. Wirkliche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020